und weiter jetzt 3 4 15 sekunden oh mein gott was für ein krasser safe das ohne ohne pause gedrückt zu haben ich glaube die pause hätte mir in dem fall nichts geholfen und geh doch da rein geh doch ins ziel mario mann geh doch ins ziel warum kommt da so viel zeug ok ich muss genau da rein rennen wenn die plattform unten ist oder nach unten geht ja wenn die plattform runter geht dann muss ich quasi rennen ging jetzt browser junior nervt auch um nein warum renne ich jetzt muss ich bin genau ja kein leben das ist nicht gut das ist nicht gut leute das mal lieber der paar level es gibt ein leben das finde ich schon mal fair das finde ich fair und ich hätte noch mal in die röhre gehen sollen andererseits astas vom scrolling das ist gut gibt es hier eine katze hat sie katze katze ja man musste hier noch mal warten und sonst wäre man sehr wahrscheinlich gestorben wir kriegen kriegen die leben und hier weiß ich halt nie wie lange ich warten muss ich glaube das war schon korrekt so hört auf mich zu erschlagen jetzt wir kommen drei leben oder ja wir kommen vor dem naja ist sehr gut sehr gut sehr gut noch mehr ok schönes doppel und werden die drei leben auch so bekommen aber mehr mehr gut mehr gut dort mal gucken also man sprung level schort der rekord ist einfach eine minute so ja moin warum spiele ich das ich mag ja an sich solch eine level er will dass ich hier anstoße und dann da zwölf oder was das trampolin muss ich 100 pro mitnehmen jetzt hat die frage muss ich zwei werfen hier oder nicht ja ja das wusste man nicht da war die chance 50 50 warum ist ein checkpoints wir machen es noch einmal ich muss ja wieder hier einen richtig krassen sprung machen ja woher geht komme ich hier nicht einfach so hoch man muss noch so einen sprung machen ja aber auch nicht zu hoch sein doch okay das ist kacke aber okay hat geklappt bisher oh mein gott hier kann ich leben fahren wird in der theorie ja doch ich muss die leben fahren oh es ist herzend come on mario please ok sehr gut wichtig 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 sehr wichtig ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es einfach nicht warum er die ab und zu nicht macht die schuld okay noch einen versuch ich hasse dich mario ich hasse dich eine fresse ok hier gibt es zwei leben natürlich war jetzt ob hier wirklich schon das ziel ist ja okay muss das ziel immerhin ja doch war ein gutes level ich weiß ich weiß nicht mal was was warum mario diesen crown von kanzel nicht gemacht wird ich verstehe es nicht das ist in ordnung was in ordnung gut dass ich noch zu ende gespielt hat aber noch die drei leben bekommen ist gut das ist gut der die plattform challenge das klingt doch auch gut 21 sekunden ok das sind eigentlich level die ich sehr sehr gerne habe aber manchmal bauen die abbauer irgendeinen quatsch rein aber normalerweise sind diese level sehr cool ja leider kein einziges leben das ist traurig ein pomo das darf doch nicht wahr sein 8 sekunden rekord kann man nicht auf den schwamm warte wo war denn der trom hier am rand müsste eigentlich gehen ich jetzt nicht so den grund dazu warum das nicht gehen sollte so hier nur die frage ist warum kann ich nicht direkt darüber springen wir gehen jetzt ganz nach oben wir haben ja 1 ob bitte kriegt das leben mario kürze es war es war klar es war klar dass er nicht das leben mitnimmt es war klar es war so klar ja dass man nichts bekommt wenn die stange zu hoch ist ist wirklich doof das ist wirklich mega doof ich hoffe luigi reißt das bruder um und ich hoffe mario skilt hier noch in dem in seinem letzten versuch warum spielt das warum spiele ich das weiß ich muss dem level greater eigentlich vertrauen ok das war doch noch ein gutes ende sehr schön hätte ich jetzt 20 leben oder so hat es locker noch zwei drei mal probiert und hat es dann wahrscheinlich auch geschafft mal mit acht leben schwierig das haben so drei leute gespielt teile screen wo ist der twist wir holen uns mal das paar ab ja das könnte ein viel clear sein aber weiß nicht weiß nicht ich weiß nicht den töten wir wollen feuerblume ne natürlich nicht warum gibt er keine feuerblumen man das ist nicht gut aber hier haben wir schon mal ein checkpoint das ist furchtbar das ist furchtbar ok ähm kuperpanzer ja ne 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 ich will den kuperpanzer behalten ok ein pilz wäre halt jetzt auch noch ganz gut aber ich habe übelst Schuss ey ich bin super vorsichtig keine riskanten manöre schade 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 cool ausgesehen keine riskanten manöre genau ähm ok feuerblumen danke ok das ist wichtig äh ich glaube ich muss in die tür ne ja ok ok let's go und das ist Iggy glaube ich ist das ist danach das Ziel es sieht so ein bisschen danach aus oh mein Gott Iggy geh mal da runter danke geh weiter runter oh mein Gott ich hoffe das Ziel ist da oh mein Gott aber ich glaube nicht ich glaube nicht doch ja kein einziges Leben leider ich hätte vielleicht ein bisschen hätte vielleicht mehr Münzen holen sollen schade aber ja der 3 Minuten Rekord der war ja übelst fake aber wahrscheinlich ist der nicht wahrscheinlich ist der einfach nicht drauf gekommen drauf klar gekommen dass ähm wahrscheinlich hat derjenige nicht gecheckt dass da eine feuerblume ist und ohne feuerblume ist Iggy nicht leicht zu besiegen ok ich hab ja es könnte ein guter Clear sein warte der 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 Paublock der breit da noch ab viel Glück dankeschön ok 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 das das habe ich gebraucht ja es ist quasi ein Kriegier wichtiger wichtig 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 ja komm kriegst ein Like dafür gegen die Zeit 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 holly molly ich glaube ich muss hier hoch muss eigentlich eine tür sein oder so ja okay wenn ich nach links zielen müsste das eigentlich gehen ja okay okay plus 1 glaube ich auch jetzt ein script hätte ich jetzt nicht geschafft dann hätte ich es gibt wahrscheinlich aber war ja quasi schon im ziel er wieder ein fake speed man kann da auch wieder abkürzen viel bringt das aber nicht okay man kann überall abkürzen was ist das wieder hier was ist das wieder hier ich habe das gefühl dass ich das level schon mal gespielt habe was haben erst vier leute betreten deswegen habe ich es nicht gespielt aber es kommt mir so bekannt vor ich kenne das level muss teilweise nehmen wir hätten doch gerne mit warum auch nicht doch ich kenne das level das ist ein abbau von so ein teilweiser abbau oh mein gott nein jetzt sterbe ich wegen dem hellen ich muss mich verscheißen okay das kann ich aber auf jeden fall mal tun das ist auf jeden fall ein abbau hoffe wir kriegen die auch okay das wichtig wichtig ja das war das war so ein teilweise abbau nicht oh Gott Gegend vielen dank ja plus 2 leben richtig und wir haben wieder zehn level geschafft Bis zum nächsten Mal.